Ich freu mich ja. Boah, schon wieder die Lateplan geknutscht. Was? Schon wieder die Lateplan geknutscht. Ach, die Minus. Für meinen Auftrag, ja. Die Spaltung. Riesenschinken von Minus. Ja, ey, das ist ja ja. Hm? Ja, und da steht der Korn. Geil. Ja, sein. Am Tag zwischen 23 Uhr in 31 Stunden nicht ab. Ja. 46 Minuten, ja. Wer stimmt, nur in 46 Minuten. So. Hör rein, alles mal. Ne? Ne, ne, fahr mal. Dann hält 500 Meter weit weg von dir. Naja, ist doch in Ordnung. Ist doch nicht schlimm. Alles klar, glaschen. Der schon vorfahren markiert. Kannste aber auch. So. Einmal um die ganze Welt. Und die Taschen leerer Geld. Davon hab ich schon als kleiner Bug geträumt. Hahaha. Mir fehlt die Musik hier am Lkw. Okay. Ja. Ja. Ja, ich hab mal sehen, dass ich für den nächsten Schritt, äh, Musik habe. Die wir dann doch nicht komplett nutzen dürfen. Auch für, die GEMA, GEMA freundliche Musik. Die hört sich so schwul an. Nö, ich hatte das schon auch vernünftiger gefunden. Weil auch einige, äh, äh, sagen wir mal. Soundtracks, du kannst ja auch nehmen. Der ist ja auch wirklich geiler. Hä, ich kannst du nehmen, ja? Ich alle, aber einige ja. Okay. Den würde ich nur Soundtracks von Hans Zimmer nehmen. Der macht die besten Soundtracks ever. Wir, so wie Tränen der Sonne, oder wir waren Helden und so weiter. Alles von, alles von ihm. Kannst du machen. Nee, dann nimm doch nicht. Ja, das ist doch schön, dass ich nicht gemacht habe. Ja, jetzt darf ich nicht mit deiner Quatscherei dauernd. Hallo. 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 Hi, Uwe. Na, habe ich irgendwas verpasst? Nö, nö. Ich komm nicht, er hat mich hoch. Nicht wirklich. Also nicht bei mir jedenfalls. YouTube-Stream hier nicht mehr. Hauptsache Twitch läuft, weil das ist hier das Hauptmenü. Boah, die Dastung wollen. Twitch läuft die ganze Zeit von mir. Ich habe irgendwie bei mir mit YouTube immer Probleme. Ich weiß nur warum. Hm. Auch auf YouTube läuft man hier auch noch bis 480p und Twitch macht hier ganz schön hier so. Ich weiß, ich weiß nicht warum ich meinen Stream nicht mit beobachten kann. Dass das nur lädt und lädt und lädt. Er lädt sich tot. Komisch. Ich weiß nicht woran es liegt. Das ging doch sonst auch immer. Ich konnte meinen Stream doch mit verfolgen. Folgen. Mhm. Folgi, was kann das sein? Java. Java? Java? Was hat ein Java mit Twitch zu tun? Folgi, kommst du da einfach nicht hoch? Doch, warte. Kann sein, dass vielleicht mal den Internetbrowser aktualisieren müssen. Okay. Du musst unbedingt den Chat lesen. Kann ich nicht lesen. Ich hab nebenbei, hab ich Schmidt gelesen. Ja, ich krieg ja hier ne Schmidt. Mir liest ja keiner was vor. Ich seh ja, ich seh ja ein Poiki in seinen Chat, kann ich ja nicht einsehen. Kann ich ja nicht drauf antworten. Mhm. Und Poiki liest du hier ne Schwa? So, das was ich gemacht habe, habe ich dir gesagt. Was hast du dir gemacht? Äh. Ja, hat sich völlig doof an, ja. Hi, Archef. Schön, dass du wenigstens da bist. Ich freu mir. Nein. Archef ist nicht sauer, mit Sicherheit nicht. Über was auch. Archef, wie war dein Kuchen? Ich denke mal extrem lecker, oder? Dann gucken wir jetzt auch noch. Ah, da hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Mal wieder. So, Alter, ich habe so fucking Halsschmerzen, das geht gar nicht. Mal, 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 mal. Du brauchst das ja gerade erst mal fast richtig los. Das zieht, das zieht bis ins Ohr rein. Geiß. Den hau dich mal low ins Bett, er ruhle dich. Ja, ich denke mal, morgen werde ich auch keine Aufnahme nix machen. Ich werde mal morgen ein bisschen ruher treten. Ja. Poiki, du hast noch mal Angst, dass er dir die Zuschauer klaut. Ach quatsch. Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben ja unsere Kanäle sowieso zusammengelegt, von daher kann hier niemand irgendwie. Das funktioniert nicht. Wo muss die hin? Ja, das glaube ich auch nicht. Die beiden sind jetzt ganz, ganz glücklich. Oh ja, das glaube ich auch nicht. Das finde ich schön, finde ich richtig niedlich. Wir haben anderen Glück, dem anderen Pech. Hey, ich muss von Göteberg aus nach Köln. Okay. Dann fährst du schon durch? Ich bringe den Fall in Kiel. Ich rede gerade mit anderen hier, die Deutschen. Ach so, okay. Euch auch. Ja, unsere Conny ist nicht mehr irgendwie zu sehen, ja. Schade, schade, schade. Wieso wollt ihr nochmal von hinten nehmen? Au, 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 au. Also Toni anschieben, ja. War so schlimm, Archef, ja. Mach du dolle Feen. Wieso, was hat er denn für Probleme? Also hatte ich doch recht. Ja, irgendwie hat er Rechner Probleme. Äh, das ist ja schlimm, so was es gibt. Ja. Vielleicht können ja, können wir dir helfen. So aus der Ferne. Der Poiki und der Uwe, die haben da immer bestimmten Judenrat. Auf Lager. Ja, mit allem kenne ich mich auch nicht aus. Aber ein bisschen was. Format C hilft immer. Das ist nur das einzige, was du kennst, ja, Format C. Ja, das ist auch so. Ja, das ist auch so. Ja, das ist auch so. Ja, das ist ja auch so. Ja, das ist ja auch so. Und die passt auch, da kommt ein Volkposten von Recht. Ja, ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. So, gleich hab da wieder Tatüter-Tar am Ohr. Es tut mir leid. man sagt er ist gerade an euch vorbeigefahren an wem? an euch oder an uns? an euch was ist hier gerade Red Cube? hey, du, das stand schon ein paar Sekunden vorher ich bin mir nicht sicher jawohl ja, wenn der Mod Cool jetzt auch ETS-Zweifahrer ist, dann, äh schön, dass ich gerade unterbreche ja, danke also tatsächlich, der Vollpfosten war er wer? der, was rechts vorbeigezogen hat ok keine Ahnung, wie bitte? du müsst ihr delayed ja 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 modCrew wenn der das nächste Mal äh, vielleicht mit bei sein möchtest hier im Stream dann, äh wende dich ja mal an den Poiki weil, äh das ist ja jetzt momentan eigentlich auch der Ansprechpartner weil wir beide jetzt nicht irgendwie miteinander verlinkt sind und so weiter und dann lass dir mal vom polki vielleicht per pm mal die daten von steam geben von mir und von ihm selber und wenn du lust hast dann gucken wir mal vielleicht dass wir das nächste mal nächsten sondern bin ich nicht dabei aber vielleicht die woche drauf oder vielleicht mal in der woche mal sehen das war vielleicht mal zusammen eine tour fahren dann kommst du dann noch mal mit ins test dann gebe ich dir meine testdaten beziehungsweise beim polki hier ich weiß ja nicht ob er das macht und dann können wir mal eine tour fahren zusammen wenn du das möchtest dann schreibst ein polki an oder du guckst mal auf meinen channel gunfrog bei youtube und dann schreibst du mir deine pn rein wie du willst ich habe noch 75 kilometer von mir vor mir nicht von mir 75 kilometer 70 bei mir steht jetzt 83 gerade noch recht haben wir so lange ja so 59 kilometer und dann haben wir die schafft also mal rechts rüber und damit sie platz hat sind wir wohl so das war schon du darfst den ping von euch zwischendrin nicht vergessen das war eigentlich sehr gut aus weißt du guck mal nette lkw fahrer die machen ja auch nicht stupe den wester noch nettere fernfahrer lkw fahrer bedanken sich damit ein warmen blinker genau ich habe ich habe immer nach links links rechts genau das war ich auch gerade wenn lkw fahrer mehr zeichen gibt zum überholen oder so ja auch so wenn ich immer zurück nach hamburg ich fahrer kiel hier braucht er kann die zwei spuren Ja, die Leitplanke kommt sonst einfach wieder zu nah, ne? Ich hätte doch eigentlich bleiben können hier, weil die Spur verengt sich hier sowieso. Wird gar nicht rüber gebraucht. Da wird nicht geblinkt oder sonst sowas, da verrät euch einfach über das Grün. Ah, ich glaube da hinten ist er. Sie sagt, sie sieht euch und sie spioniert euch. Ja, guck mal, nehmt uns, willst du so? So, Polki, wo seid ihr? Ich bin jetzt in Kiel. Äh, frag mal bitte den Toni, weil ich mein Navi jetzt nicht auf Kiel eingefährt, aber ich glaube, wir müssten auch gleich da sein. Doch noch. Ah, nein, was mach ich denn? Du, du musst gerade aus, oder? Das ist nicht dein Ernst. Ja, wirklich? Den wenden und komm mal da hoch. Kann er hier nicht wenden, Alter? Ich bin dann... Ja, ne, auf die Landsklasse den wenden. Ja, Jason sagt das quasi. Nein, ich glaube keine fünf. Ich glaube keine fünf Minuten und dann schießen sie dich ab vom Server. Ja. Ja.